Das ist Messerangriff, Messerangriff, Messerabwehr. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ob die Techniken im realistischen Fall funktionieren müssen, sehr fraglich, sehr fraglich. Es geht bloß darum, wenn mir einer mit dem Messer angreift und ihr habt Platz, dann bin ich schneller weg, wie sie sich vorstecken. Wenn ihr aber keinen Platz mehr habt, dann ist es vielleicht schlecht, wenn ich doch ein paar Techniken hatte, wo ich mit dem Messer vielleicht umgehen kann, dass es funktioniert. Und dann noch ein Prozess auf die Technik.